Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eben eine Folge bzw. eine Quest mit Stitch dazwischen geschoben, wo, wie man oben links sehen kann, mal wieder drin steht, dass ich bis zum nächsten Tag warten muss. Deswegen werden wir jetzt heute mit Buzz Lightyear weitermachen. Gameplayerin, bist du bereit, dich als Kadett der Space Ranger deiner ersten Bedrohung zu stellen? Klar doch. Fantastisch und keine Angst, Gameplayerin. Es ist ganz normal, bei seiner ersten Mission ein wenig nervös zu sein. Aber ich stehe an deiner Seite. Jetzt ist es an der Zeit, Ursula die Meerhexe zur Rede zu stellen. Ich weiß nicht, aus welch üblen Gewässern sie kommt, aber ich habe keine Zweifel daran, dass sie etwas Böses im Schilde führt. Wir müssen ja einen Strich durch die Rechnung machen, bevor es zu spät ist. Ich weiß jetzt schon, dass wir sehr gute Freunde werden. Mit wem redet sie da jetzt gerade? Ja gut, Beweise bräuchten wir natürlich eigentlich auch, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Los jetzt. Das ist die richtige Einstellung. So. Ich würde jetzt gerne... Achso, höre den beiden zu. Okay. Ah. Das Spielzeug des kleinen Kindes. Was kann ich für dich tun, Fischlein? Ich bin Buzz Lightyear und ich bin hier, um deinen Plänen ein Ende zu bereiten. Mein Plänen? Oh, erzähl mir mehr davon. Ich bin hier im Auftrag der Abteilung Dreamlight Valley von Starcomand. Ha 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 ha. Oh, du bist wirklich lustig, meine Liebe. Hast du wirklich geglaubt, du könntest mir Angst machen? Ich habe schon Blobfische gesehen, die fruchteinflößender waren als du. Nun, ich... Ich... Das dachte ich mir. Geh jetzt. Vielleicht gibt es ein Häschen, das du einschüchtern kannst. Wir werden gehen. Aber glaub mir, das ist noch nicht vorbei. Ja, und das glaube ich auch, dass es noch nicht vorbei ist. Aber ich muss mal ganz kurz was gucken. Ne, Quatsch. Äh, Kleintiere da. Ähm, ob ich alle Schild... Ja, ich hatte alle Schildkröten. Okay, deswegen stehen die wahrscheinlich auch gerade so schön bei mir. Ich wusste, dass wir gegen Ursula nicht leicht haben würden, aber das könnte schwieriger werden als gedacht. Sie hat keinen Respekt vor mir und erst recht nicht vor Starcomand. Wir brauchen eine neue Strategie, aber wie gehen wir die Sache am besten an? Kein Problem, Buzz. Ich habe eine Idee. Wir sollten deinen Ruf verbessern. Ich könnte Buzz Lightyear Flugblätter machen, damit alle wissen, wofür die Space Ranger stehen. Sie kämpfen für die Unschuldigen. Gute Idee. Wir sollten alle wissen lassen, dass sie auf uns zählen können, wenn jemand in Not ist. Und ich weiß auch schon, aus welchem Material du die Flugblätter basteln kannst. Aber dafür musst du im Bonnys Zimmer zurückkehren, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Dort solltest du Spielkarten finden, auf denen ich abgebildet bin. Sie könnten allerdings schwer zu finden sein, also sieh dich überall um. Komm zurück zu mir, wenn du die Spielkarten hast. Okay, das machen wir doch gerne. Aber wir nehmen die schnell... Na, das war jetzt nicht die schnelle Variante. Ich habe mich vertan. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich sagen, wir nehmen die Schnellvariante und reisen direkt rein. So. Ich bin schon im Toy Story Reich. Hallo. Hallo? Ähm. Ja, schön. Kann ich das jetzt nicht machen, weil der das nicht annimmt, dass ich hier bin? Oder wie? Ich gucke mal eben, ob ich hier irgendwo was Glitzerndes sehe. Aber es sieht schlecht aus. Ich denke mal tatsächlich... ...dass der jetzt verpackt ist. Ja, toll. Hm. Darf ich jetzt nicht mehr schnell reisen? Oder was ist das jetzt hier? Ich probiere es jetzt noch mal mit der Schnellreise einmal. Na, jetzt nimmt das an. Na toll. Ähm. Ja. Sammle die Karten. Drei Stück, die hier versteckt sind. Jetzt war ich natürlich gerade schon überall. Jetzt ist die Frage, sind die vielleicht hier in diesen... Ach, das sind die Karten. Ich dachte, das sind Bücher. Okay. Na gut. Dann. Äh. Sollte das nicht so schwer sein. Da ist noch das eine. Und Kera zurück. Ja. Das ist doch einfach. Das machen wir dann jetzt auch. Und zwar hoffentlich backfrei. Ähm. Was? Ich wollte gerade sagen, du solltest eigentlich bei mir sein. Glückwunsch zu einer weiteren erfolgreichen Mission, Kadett. Du hast bewiesen, dass du in einer unbekannten Umgebung Ressourcen ausfindig machen kannst. Jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch ohne meine Hilfe Ressourcen orten kannst. Wenn wir Buzz Lightyear Flugblätter verteilen wollen, dann brauchen wir dafür Papierbögen. Dein Auftrag lautet, welche aufzutreiben. Wer könnte uns wohl Papierbögen leihen? Ich könnte Merlin fragen. Er schreibt viel für seine Nachforschungen. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben übernehmen kann. Ich glaube, wir werden noch mehr Papier brauchen. Ich werde auch mal Mickey und Donald fragen. Auf die beiden kann ich mich immer verlassen. Es gibt nichts Besseres als Freunde, auf die man sich verlassen kann. Und wenn du die Papierbögen hast, dann kombiniere sie mithilfe dieses Haftklebers mit den Buzz Lightyear Spielkarten. Hatte der mir das nicht gegeben und ich ihm das nicht wieder zurückgegeben? Bringe sie danach zu mir, damit ich sie mir näher anschauen kann. So, Donald, Mickey, achso, da oben steht es doch Donald. Achso, in den Häusern. Okay, nee, das ist schnell gemacht. Ich bin Bayana von Motto Nui. Ja, ich wollte gerade Gesundheit sagen. Das war jetzt doof. Das Papier ist hier. So, Donald hat seins am Wasser. Ja, ja, ja. Ist ja gut. So, da wohnt Donald. Da gucken wir jetzt auch mal nach. Jetzt sieht es gut aus. Alles wird gut, Donald. Alles wird gut. So, und als letztes werden wir dann noch eben... War das schon immer so? Werden wir dann noch eben zu Merlin gehen. Moment, die weiße, die war aber, glaube ich, sehr selten, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich nehme die auf jeden Fall mal mit. Ich meine, weiß habe ich hier jetzt nicht wirklich oft gesehen. Also die grüne, die ist auf jeden Fall sehr selten. So, was haben wir jetzt? Stelle die Flugblätter her. Können wir direkt hier unten bleiben, weil hier unten ist ja auch noch eine Werkstatt. Flugblätter. Die sehen aber gut aus. Bringe Bust die Blätter. Wo ist er denn? Da. Hervorragende Arbeit, Kadett. Wenn die Leute die sehen, wird niemand mehr daran zweifeln, dass mit den Space Rangers nichts zu spaßen ist. Am besten gehe ich persönlich zur Ursula und übergebe ihr eins. Wie wäre es, wenn ich sie lieber zur Ursula bringe? Das wäre doch eher die Aufgabe für einen Kadetten. Du hast recht. Deine Eigeninitiative gefällt mir, Gameplayerin. Du hast dich wirklich bewährt. Zur Belohnung darfst du dir zwei Dorfbewohner aussuchen, die dabei helfen, Starcomond bekannt zu machen. Ich wähle Maui und Donald. Sie sind... Mir gerade eingefallen. Weil Donald ist ja nun mal kein Held. Buddy sagt immer, man soll seiner inneren Stimme vertrauen. Du hast meine Genehmigung. Okay. Moment, der ist schon direkt in der Nähe. Wo ist er denn? Ach, steht direkt in der Nähe. Ja, in dem Fall ja. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Was ist das? Das sind ein Haufen Fotos drauf. Oh, den kenne ich doch. Das ist dieser kleine Kerl. Buzz. Es ist ein Buzz Lightyear Flugblatt. Sie... Es erzählt die Legende von Buzz Lightyear und Starcomond. Sie sind auch Meister im Finden von Wegen. Du hast die Sonne mit dem Lasso eingefangen. Er entkam einem feurigen Inferno. Du bist gegen eine... Er ist einem bösseitigen Hund entkommen, der zehnmal so groß war wie er. Jo. Zehnmal so groß wie er. Also etwa kleiner als mein Arm. Aber hey, ich hab's kapiert. Ein Monster zu bekämpfen ist immer ein Monsterkampf. Aber da ich noch nie von diesem Starcomond gehört habe, kann es sich nicht um eine bekannte Legende handeln. Ich verstehe das. Es ist nicht leicht, eine Legende aufzubauen. Wenn man gerade erst anfängt. Man braucht immer Hilfe, um seine Geschichten in Umlauf zu bringen. Ich sage dir was. Ich werde dir helfen, die Legende von Buzz Lightyear und Starcomond zu verbreiten. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt müssen wir allerdings noch Donald finden. Der mal wieder. Ah doch, der ist in seinem Haus. Ah. Ja, klar. Da waren wir doch eben drin. Ah, ich bin ja auch so clever heute. Dauert nur alles ein bisschen länger. Okay. Dann. Oh, müssen die mal in der Ecke stehen? Oh, müssen die mal in der Ecke stehen? Von Hain zu entkommen. Da du das für mich getan hast und du offensichtlich Hilfe brauchst, werde ich allen von Buzz und seinen Space Rangers erzählen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen und Dankeschön. So, Ursula ist diesmal nicht zu Hause. Wo ist sie denn? Ach, die ist schon wieder unterwegs. Die geht doch jetzt garantiert hier unten rein, oder? Wenn ich mich nämlich jetzt geportet hätte, dann wäre die definitiv nach unten gegangen. Die Frage ist, bleibt die jetzt noch da, wenn ich hochporte? Ich hoffe, es ist zumindest inständig. Erwischt. Hallo, Liebes. Was ist das? Uff. Du nervst mich wegen dieser lästigen kleinen Kreatur? Schon wieder? Fischlein wäre es nicht besser, ihn in etwas zu verwandeln, das sich nicht bewegen kann? Oder sprechen? Eine Seeanimone vielleicht? Bitte beruhige dich. Warum bist du so wütend? Ich bin auf deiner Seite. Was? Ich soll mich beruhigen? Ich bin hier das Opfer. Sag mir, meine Liebe, was würdest du tun, wenn dich ständig jemand belästigt, nur aufgrund dessen, was du bist? Ich würde ihm beweisen, dass ich nett sein kann. Diejenigen, die sich selbst als Autorität sehen, ändern selten ihre Meinung. Denk nur an Triton. Oh, aber ich spiele dieses Spiel schon lange genug, um zu wissen, was zu tun ist. Ich werde so tun, als würde ich das lästige kleine Spielzeug respektieren. Danke sehr, Herzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Danke dir. Mission abgeschlossen, Kadett. Der Frieden im Dorf ist wieder hergestellt und ich höre, wie ich höre, haben Maui und Donald bereits angefangen, die Kunde von Star Command zu verbreiten. Und Ursula scheint die Botschaft verstanden zu haben. Ich habe keine weiteren Berichte über ihre bösen Pläne erhalten. Freut mich, dass ich helfen konnte. Danke, Gameplayerin. Ich sage Bescheid, wenn ich eine weitere Mission für uns habe. Ja, und das könnte theoretischerweise jetzt gleich sein, weil ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache, Buzz nebenbei noch so ein bisschen leveln werde mit den Kürbisfeldern und dann hoffentlich soweit bin, dass wir gleich noch eine Quest ranschieben können. Bis gleich. So, wir sind fertig und wie ihr seht, Buzz hatte wirklich ein Update, beziehungsweise hatte schon zwei Updates, glaube ich, zwischendurch. Wie sie kann haben, jetzt wieder nicht mit ihm reden. So, jetzt aber. Gameplayerin, ich habe eine Mission von allerhöchster Wichtigkeit für uns. Wir müssen Informationen über eine frühere Mission in diesem Sektor beschaffen. Bist du dabei? Worum geht es genau? Erkläre mir die Einzelheiten der Missionen. Ich war in der Nähe des Flusses, im Wald der Tapferkeit auf Patrouille, als ich plötzlich ein seltsames Gefühl hatte. Irgendwie kam es mir so vor, als ob ich schon einmal dort gewesen wäre. Ich glaube, dass ich dort in der Vergangenheit eine beeindruckende Heldentaten vollbracht habe, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Deine Erinnerung kehren zurück. Ah, das ist es also. Wie kann ich meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen? Am besten untersuchen wir den Fluss im Wald der Tapferkeit mal etwas genauer. Ich brauche mehr Informationen. Ah, ich wusste doch, dass du die perfekte Partnerin für eine Erkundungsmission sein würdest. Auf geht's. Aber vergiss nicht, was auch immer dort passiert ist, ist schon sehr lange her. Wir müssen ganz genau hinsehen. Ja, kein Thema. Dann nehmen wir jetzt mal eben die Aufgabe an und porten uns kurz dahin. Und beseitigen hier mal dieses schreckliche Ding. So, Suche am Fluss. Nach vergrabenen Hinweisen. Achso. Ähm. Moment, da ist was. Das ist aber offenbar nicht gemeint. Hm. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Oder brauche ich den noch? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Moment, ich muss mal eben gucken. Äh. Nein, nicht Charaktere. Nee, den roten habe ich schon. Genau. Okay. Ja. Ist denn doch das noch was vergraben? Ah, das sieht gut aus. Aha. Es ist also gegen Scar gelaufen. Okay. Dann. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Deswegen habe ich es natürlich mitgenommen. Nein, Spaß. Faszinierend. Ich erinnere mich an dies. Ich war in einen Kampf mit diesem Scar verwickelt. Hey, im Dorf wird nicht gekämpft. Warum habt ihr gekämpft? Das ist es ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Lass uns zu Scar gehen. Ich bin mir sicher, er erinnert sich und wird es uns sagen. Irgendwas sagt mir, dass er nicht gerne teilt. Aber du kennst ihn besser. So, Scar. Da bist du. Versuch gerade das Kaninchen. Ich brauche dich. Futtern. Steigst du von deinem hohen Ross herab, um dich unter die Bürgerlichen zu mischen? Hm. Ah, Gameplayerin. Und was veranlasst dich, dich unter die einfachen Leute zu mischen? Ich habe eine Erinnerung aus Bars Vergangenheit gefunden, die zeigt, wie ihr beide gegeneinander kämpft. Bitte erzähl mir, was du darüber weißt. Gegeneinander kämpft? Oh je. Diese kleine Nervensäge hat darauf bestanden, dass er die Schurken des Teils in Schach hält. Ich frage mich, wie er reagieren würde, wenn er wüsste, was damals wirklich geschehen ist. Er war nicht gerade der Held, der vorgibt zu sein. Ich wünschte, ich könnte dir mehr erzählen, aber ich bin furchtbar hungrig. Ich fürchte, mein Gedächtnis ist ein wenig getrübt, wenn ich nichts gegessen habe. Spielzeug braucht Hilfe! Lass mich raten, du willst, dass ich dir etwas Fisch zubereite. Oh. Oh, ich würde nicht im Traum daran denken, dich darum zu bitten, aber da du es mir angeboten hast. Hier sind zwei Rezepte, die dein kleiner Rattenkoch mir zubereitet hat und die mir sehr gut gefallen haben. Tunfisch, Burger und Fischsuppe. Okay. So, wir sind hier ganz unten. Ich glaube, beim Tunfisch bin ich mir nicht sicher, ob wir überhaupt schon mal Tunfisch gefangen hatten. Ich habe so, keine Ahnung. Tunfisch, Burger und Fischsuppe. Ich weiß, die haben ein Zeichen dran. Ah, hier. Da ist schon mal die Fischsuppe. Nein, ich will immer noch keinen Salat dafür verwenden. So. Oh, und ich will natürlich auch nicht den... Moment, wo sind die Fische? Den nicht, weil den habe ich nur einmal, sondern den. So. So, eine Fischsuppe und... Thunfisch. Wo haben wir dich denn? Thunfisch-Burger. Da. Nein, ich möchte immer noch keinen Salat haben. Mann, ist das nervig, dass der immer erst das reintut. So. Achso, ja, weil das muss ja Thunfisch sein wahrscheinlich dann, ne? Logischerweise. So, perfekt. Dann, wo ist Scar? Ist er immer noch da? Ja, das ist immer noch da. Scar. Du da. Ich brauche dich. Da. Bitte schön. Dieses Essen ist annehmbar, Gameplayerin. Jetzt, wo ich nicht mehr so hungrig bin, kommt meine Erinnerung plötzlich wieder. Buzz und ich haben an dem Tag nicht gekämpft. Ganz im Gegenteil. Er folgte mir wie ein verlorenes Jungtier, verzweifelt bemüht, mein Freund zu sein. Es war alles so erbärmlich. Wirklich? Ihr wart befreundet? Freunde? Ha! Ich schließe keine Freundschaft mit lästigem Ungeziefer. Wenn du meine Höhle durchsuchst, wirst du den Beweis finden. Kusch, kusch. Äh. Ist da gerade ein Blatt reingefallen? Also Papier? Okay. Ähm. Wir gehen mal zur sonnigen Ebene. Und schauen mal nach, was das mit der Höhle so auf sich hat. Stimmt, wir müssen ja immer noch die Knochen hier wegmachen. Wir müssten eigentlich auch mal mit Ska weitermachen. Aber ich habe so gar keine Lust auf Bösewichte. Das ist gerade mein Problem. So. Wir sollen Beweise für... Ah. Okay. Ein Star-Command-Abzeichen? Ska muss es hier platziert haben, um uns zu täuschen. Wir können keine Freunde gewesen sein. Er ist ein Schurke. Das wäre ja so, als würde ich mich mit dem bösen Imperator Zurg anfragen. Warte. Ich erinnere mich, dass unser Kampf bis zum Fluss auf der sonnigen Ebene führte. Ein Teil der Erinnerung ist allerdings noch verschwommen. Wir müssen weiter nachforschen, um es genau zu wissen. Da gibt's... Äh. Dies gibt uns einen Ausgangspunkt für die Suche nach der Wahrheit. Genau. Ich bin sicher, wir werden der Sache auf den Grund gehen. Zum Fluss auf der sonnigen Ebene und darüber hinaus. Okay. Sonnige Ebene sind wir jetzt, ne? Ska, was machst du denn plötzlich hier? Ähm. Und dann müssen wir am Fluss irgendwas finden. Jetzt bin ich ja so oft vorbeigelaufen, jetzt nehme ich diese blöden Pflanzen auch mit. So. Angle den nächsten Hinweis. Oh je. Oh je. Fangen wir erstmal bei den Farben an, würde ich sagen. Hm. Da oben könnte natürlich auch was sein. Eine Angel. Ah. Okay. Haben wir mal Glück gehabt. Hallo? Ich komm nicht mehr raus. Jetzt. So. Öffne dein Inventar und untersuche die alte Angelroute. Ah. Ach. Goofy war auch da. Deswegen die Angelroute. Ska, die Wahrheit gesagt. Es war kein Kampf. Ihr habt nur gemeinsam geangelt. Und Goofy war auch da. Aber das, das kann nicht sein. Das sieht nicht so aus, als wären wir in einen Kampf verwickelt gewesen. Sieht aus, als ob es ein toller Tag war. Aber wie kann es ein toller Tag gewesen sein, wenn ein Schocke dabei war? Die können nicht anders, als schändliche Pläne zu schmieren. Es sei denn, ich muss mit Ska sprechen. Okay. Ja, wir wissen, wo Ska theoretischerweise sein sollte. Ich weiß nicht, ob er jetzt da reingegangen ist. Ja, er läuft zumindest noch weiter in die Richtung. Ich schau mal eben nach. Ach so, Ska kommt gerade da runter. Ah. Ja, jetzt lauf doch einfach drum herum. Komm, kleiner Bazzi, schneller. Sieh an, sieh an. Hier hat wohl jemand Schwierigkeiten, die Wahrheit zu verdauen. Du und ich, waren wir wirklich Freunde? Übertreiben wir es nicht. Habe dich nur ertragen. Du warst derjenige, der mir auf Schritt und Tritt hinterhergelaufen ist, wie eine Hyäne. Jetzt, jetzt erinnere ich mich an diesen Tag. Wir hatten Spaß, oder? Ich nehme an, das Ganze war nicht nur unerfreulich. Glaub mir, das alles ist mir auch peinlich. Jetzt geh schon. Was war das gerade für ein Bug? Man konnte gerade noch sehen, wie es Ska sich hingelegt hat, aber nach oben gezogen worden ist. Auch nicht schlecht. Was ich heute erfahren habe, ändert alles. Naja, vielleicht nicht alles, aber sehr viel. Ich dachte, ich wäre dabei gewesen, mit dir das Tal gegen Schorken zu verteidigen, aber stattdessen waren sie meine Freunde. Ein Held zu sein bedeutet nicht nur, das Böse zu bekämpfen. Es geht auch darum, sich um die Menschen um einen herum zu kümmern. Hier in Dreamlight Valley trachten die Schorken nicht nach der Weltherrschaft. Sie scheinen hier einfach nur in Frieden leben zu wollen, wie alle anderen auch. So habe ich das noch nie gesehen. Vielleicht sollte ich nicht so überrascht sein. Schließlich teilen wir uns alle die gleiche Spielzeugkiste namens Dreamlight Valley. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Aber ich brauche etwas Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ja, kein Thema, kein Thema. Ich habe auch kein Problem damit, wenn du etwas Zeit brauchst, weil wir nämlich schon auf die halbe Stunde zu gehen. Das heißt für uns natürlich wieder, na, na, dass wir jetzt einen kleinen Cut machen. Wir werden die Folge beenden und in der nächsten Folge denke ich mit Woody weitermachen. Und ja, es kann auch sein, dass ich vielleicht vorher noch Basslevel, ich bin mir nicht sicher, ist jetzt auf etwas über sieben, glaube ich. Und ja, aber ich denke mal, dass wir erstmal mit Woody weitermachen. Ich weiß nicht, wie ich das zeitlich jetzt alles noch schaffen werde. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest. Vielen Dank.